Wenn das Wasser brodelte, weil die Rotfedern gierig nach dem Brot schnappten, zogen wir den Eimer hoch, aber wir waren jedes Mal zu langsam. Die Rotfedern spritzten auseinander und der Eimer blieb leer. Das ist doch Angeln für Arme, maulte Daniel. In hundert Jahren fängst du so keine Rotfeder. Sowas können sich doch nur Weiber ausdenken. Er rotzte ins Wasser. Hast du etwa eine bessere Idee? Hab ich, sagte Daniel. Er wühlte in seiner Hosentasche und legte eine Rolle Neilungsschnur auf die Mauer. Aus der anderen Tasche zog er einen kleinen Angelhaken mit einer scharfen Spitze. Er fing an, die durchsichtige Schnur in die Öse des Hakens zu fädeln. Dann wickelte er das Ende fünfmal um die Schnur und zog den Faden fest. Woher hast du den Haken? Fragte ich. Getauscht, antwortete Daniel und klebte ein Weißbrotkügelchen um den Haken. Aber das ist Angeln und das dürfen wir nicht, sagte Lukas. Daniel ließ die Schnur ins Wasser gleiten. Und wenn uns einer erwischt? Fragte Lukas. Ich legte den Arm um ihn und wir guckten ins Wasser. Die kleinsten Rotfedern schwammen sofort näher und fingen an, am Brot zu knabbern. Plötzlich schoss eine große dazwischen und schluckte gierig den ganzen Klumpen. Daniel gab etwas Leine, bevor er mit einem scharfen Ruck anzog. Die Schnur spannte sich und wir sahen, wie die Rotfeder versuchte abzutauchen. Sie schlug mit dem Schwanz, sie zog und zerrte, aber sie saß am Haken fest.